Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Rudolf! Mensch, Senta! Ich warte schon auf dich! Komm endlich! Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Dann muss ich mal in mein Buch gucken. Mal sehen, wer alles so artig war. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh! Frohe Weihnachten und einen guten Rush! Ich habe lange überlegt, wie ich Ihnen eine Freude machen kann zu Weihnachten. Ich habe es versucht mit Steppen. Ich habe es versucht mit Gesang. Ich habe es sogar versucht mit Instrumenten. Und dann habe ich mir gedacht, das lässt dir lieber. Ich wünsche Ihnen trotz alledem von Herzen eine schöne Weihnacht und kommen Sie gut ins neue Jahr! Fair to the world, the Lord has come, let earth will sing again! Fair to the world, the Lord has come. And earth will sing again! Fair to the world the Lord has come, and earth will sing again. Wir, die Mitarbeiter der Firma Michael Wessel IT, wünschen all unseren Kunden und Partnern eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Fröhliche Weihnachten! Hallo Matthias, hallo Philipp und hallo Welt. Wir möchten ganz herzlich unsere Familien, Freunde, Kunden und Kollegen und den Rest der Welt mit der folgenden lyrischen Darbietung grüßen. Oh, schöne, herrliche Weihnachtszeit. Was bringst du Lust und Fröhlichkeit, wenn der heilige Christ in jedem Haus teilt seine lieben Gaben aus. Frohe Weihnachten! Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Kunden, liebe Partner, liebe Freundinnen und Freunde, das vergangene Jahr war sehr spannend, sehr erfolgreich. Das nächste Jahr wird besonders für die Windows-Welt wieder viel Neues bieten und deshalb wünsche ich schöne Feiertage. Fröhliche Weihnachten! Alter, müssen wir das hier machen? Mh, eigentlich mh. Wieso? Präsentiertes Geld? Ob wir hierfür Geld kriegen, habe ich gefragt. Ich nicht, du? Und? Glaube ich. Weihnachtsgeschenke? Mh. Hast du noch keine, oder? Ne, ich brauche welche. Achso. Hast du welche? Ne, wir sollen das bezahlen. Mh. Mh. Weihnachten. Mh. Lego wollen sie haben, kiloweise. Toll. Keine Idee, oder? Ne, überhaupt nicht. Aber ist ja noch hin. Was haben wir jetzt? Bestimmt noch 10, 15 Tage? Das reicht, klar. Wird schon reichen, wie immer. Es reicht immer. Du fährst auch immer am 24. in die Stadt und kaufst irgendwas, ne? Ja. Fröhliche Weihnachten. Ich bin froh. 兩mi Hugами. Judith. Zeitpunkt mit dem FN. Ich grusel Artist. Alterchien. Mein도Н sag war. Oft wurde am 35 그�on fern 거야. ientoken Vehicle mit dem FN zu schwingen. Das ist dem war gut. Ich bin froh. Ich bin froh.